Herzlich Willkommen zum letzten Teil meiner 16-teiligen Video-Podcast-Reihe Österreichische Politik – politische Bildung für Einsteigerinnen und Einsteiger leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Jahrelang versucht die österreichische Bundesregierung die Unabhängigkeit des eigenen Landes und somit den Abzug der alliierten Soldaten aus Österreich zu erreichen. Es scheint aus Sicht der österreichischen Politik damals immer schwerer dieses Ziel zu erreichen, da die Alliierten mit Vortdau des Kalten Krieges sich immer schwerer bezüglich der österreichischen Wünsche einigen können und letztlich unterschiedliche Pläne verfolgen. So wünscht sich etwa die Sowjetunion eine Neutralität Österreichs, um zum Beispiel die militärische Zusammenarbeit zwischen Westdeutschland und Italien in Form von Truppen und Waffentransporten über Tirol verhindern zu können. Als der kommunistische Diktator Stalin 1953 stirbt, sind alle vier alliierten Mächte ernsthaft bereit mit Österreich in Verhandlungen über die Bedingungen für die Unabhängigkeit einzutreten. Im Moskau Memorandum vom 15. April 1955 erklärt sich Österreich bereit, nach dem Abzug der vier Siegermächte seine immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz im Parlament zu beschließen. Genau ein Monat nach dem Moskau Memorandum wird am 15. Mai 1955 der sogenannte österreichische Staatsvertrag zwischen den Außenministern einerseits Österreichs und andererseits der Sowjetunion der USA, Großbritannien und Frankreich im Schloss Belvedere in Wien unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages kommt es schrittweise zum Abzug der alliierten Soldaten. Am 26. Oktober 1955 erfolgt im österreichischen Nationalrat der Beschluss der sogenannten immerwährenden Neutralität mit einer Zweidrittelmehrheit. Die Neutralität ist also ein Teil der österreichischen Verfassung. In diesem Verfassungsgesetz wird unter anderem festgehalten, dass Österreich auf Dauer immerwährend neutral sein möchte, keinen militärischen Bündnissen beitreten wird und sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen wird und die Richtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht zulassen wird. Die Wortwahl mit allen zu geboten stehenden Mitteln bedeutet, dass sich Österreich verpflichtet und eine Armee zu unterhalten, die ausreichend mit Personal und Ausrüstung versehen ist, damit das eigene Land wirksam geschützt werden kann. In den letzten Jahrzehnten wurde immer wieder die Mangel der Ausstattung und Finanzierung der österreichischen Armee des Bundesheeres kritisiert. Zur Erinnerung an den Beschluss der Neutralität wird dieser 26. Oktober von 1955 bis 1964 als Tag der Fahne und seit 1965 als Nationalfeiertag gefeiert. Außenpolitisch versuchte Österreich die eigene Neutralität zu nutzen, um in Konflikten zwischen verschiedenen Staaten vermitteln zu können. Angesichts der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie der Europäischen Union ab dem Jahr 1995 und der damit verbundenen Verpflichtung der Mitgliedsländer einander zu unterstützen, gehen manche Beobachter von einer Abschwächung der Neutralität Österreichs aus. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder in einem anderen Video. 2. 10. 10. 12. 12. 13.